So, jo Leute, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video und zwar geht der Arena-Grind los. Wir müssen zum Champ kommen, um die Cups wieder spielen zu können. Viele Tipps und Tricks-Videos kommen auf euch zu. Heute geht es mal einfach um ein bisschen Arena, so wie ich in die Arena-Season gestartet bin. Und ich muss wirklich sagen, ich spiele diese Season bzw. dieses Chapter sehr, sehr gut. Schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare unten ein, wie viele Arena-Punkte ihr aktuell habt. Ich habe gerade so knapp 5000. Sobald ich Champ bin, kann ich dann auch ordentliche Tipps und Tricks für euch bringen, wie ihr in die Champions-Division kommt. Am 20. beginnt auch schon der erste Duo-Cup. Deswegen muss man da auf jeden Fall sich ein bisschen beeilen, weil in zwei, drei Wochen geht es dann auch schon los. Ich werde dann auch noch ein Landing-Spot-Video hochladen, wo ich auch persönlich zu den Cups landen werde. Und was so, ja, meiner Meinung nach eigentlich ziemlich gute Spots sind. Plus auch vielleicht ein paar Secrets, die man vielleicht noch nicht kennt. Lasst mich auf jeden Fall sehr gerne unten in den Kommentaren wissen, was ihr alles in Zukunft für Content sehen wollt, jetzt für das neue Chapter. Und bevor wir mit dem Video so richtig loslegen, falls ihr meinen Content feiert und ihr wollt, dass ich weiterhin so Videos bringe, dann könnt ihr sehr, sehr gerne meinen Critter-Code alvi4b im Itemshop benutzen. Das sind nur sechs Buchstaben, der Code ist extrem schnell eingegeben. Ihr müsst einfach nur ganz kurz dran denken, das nächste Mal, dass ihr Fortnite startet und dann kurz im Itemshop eintragen. Hier dann auch noch ganz kurz die Support eingeblendet, die mir auf Twitter oder auf Instagram ein Bild zukommen lassen haben, wie sie sich mit meinem Code entweder was geholt haben oder auch einfach nur den Code eingetragen haben. Das Support extrem, würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und ja, sonst könnt ihr den Kanal noch kostenlos abonnieren, die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr. 60% der Leute, die meine Videos gucken, sind kein Abonnent, deswegen, wenn ihr die Videos eh feiert und guckt, ja, dann lasst gerne ein Abo da. Jetzt würde ich sagen, wir starten mit den Arena-Runden, wir gehen rein. Wir haben gerade nebenbei ein bisschen Armahe geschaut. Interessant. Aim-Assist ist wohl ziemlich scheiße. Ich weiß nicht, ob weird oder falsch oder raus oder jedenfalls scheiße. Ähm, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich hab mir heute noch gar nichts an... Oh, warte kurz. Ich hab mir noch gar nichts angeschaut. Abo hat 6 neu gewonnen. Gegen Gladbach. Gegen Gladbach? Ja, und vor allem haben sie nach 25 Minuten 5 neu geführt. Das ist natürlich, äh, stark. Nach 37 dann 6-0. Oh, ich wusste das hier. Nice. Ich kann nicht schießen. Das ist so ein bisschen nervig, dass die Pump so lange braucht, bis man wieder schießen kann. Wahnsinn. Wahnsinn. Natürlich. Fühlig. Jetzt haben wir Ruhe hier. So viele Spiele auf einmal. Kopf angestoßen. Falls man 0 Messer hat, ist man dead. Ja, das ist noch einer. Wie viele einfach hier kommen. Geht das, wenn ich in den Baum bin hier? Doch, das geht doch, oder? Weiß nicht. Ah! Nehmen wir den Senna. Ne, hinter mir. Digga, was für ein Cringe, Junge. Ich weiß nicht, wie krank das ist. SMG. Ah, shit. Hä? 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 Nein Danke Was mir aufgefallen ist, die Leute bauen sich wieder extrem hoch Ich muss wieder einfach alles mal runter schießen Ich bin echt nicht sicher, was mir geht es nicht so gut Ich bin echt nicht so gut Ich bin echt nicht so gut Ich bin echt nicht so gut Cool, oder, Chet? Der Braum macht nicht diesen Wohin ist er? Hä? Au, ach du Scheiße. Richtig. Ist er Solo? Oh, nehmen wir uns. Was? 30 White. Shaking. Achso, kannst du nicht shaken. Geht nicht. Ja. Flaschen auch noch. 103. Drei. Nice. Wenn du deinen bekommst, dann nice. Digga. Und meine Not. Meine haut den ganzen Tag vom Tilt. 20 nochmal. Komm. Okay, ist der Beste. Tracked. Das White. 80 maximal. Ach, Dicke. Tracked wieder. Ja. Nice. Das andere Team. Ah, ich weiss nicht, ob du bist hier oben. Schön bleiben. Oh. Ich will jetzt trotzdem da gehen. Naja. Digga. Ja, kannst du zu mir kommen? Nein. 150. Dead enough. Nice. Nice. Ja. Die dead one. Komm mal. Warte chill. Andere Team. Oh. Hat die. Nice. Klopfer. Warte chill kurz. Komm rein. Freeloaden. Ich mach auf. Ich mach auf. Drei. Zwei. Ja. Zisch. Mega. Die guys wonnen's fuck. Okay. 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 Ja. Ah, oder so. Ja, okay. Was für Hunde. Ja, okay, okay, Dicke. Dicke, ich bin auch. 37. 37. Oh, shit. Die können wir kriegen. Ich glaube, die sind nicht so gut. 60 cracked. 20 weit. Der ist 38. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn gar nicht gut. Dicke, ja. Nice, 48 instant. Perfekt. Nice, sehr schack. Äh, ich spiele nicht, ich weiß es nicht. Ich war bereits nicht los. Nee, es reicht nicht, es reicht nicht. Du Scherl, keine Stifte. Ey, jetzt, komm, Dicke, komm, Dicke, komm. Geh weg, Geh weg, Geh weg, Geh weg. Ey, ich komm hier nicht raus. Ey, was bist du jetzt da? Boah. Boah. ULTRA geil. Bleib dich, bleib dich. Oder so. ULTRA geil. Dicke, sie flieg doch. Dicke, sie flieg doch. Oh, okay. ULTRA geil. CREK, sonst fährt. Oh, dann mit Tracked Boxed Ich bin Pickaxe Ah, komm Ich hab ein bisschen einspringen, komm mal So, wir sind hier hinten, wir sind so So Merci Lass sie mal pushen, jetzt kommt er alleine gerade, damit es wandert Was ist denn, was ist denn Oh, dieke Ist der Hot-Up oder was Selber Schild, ne? Kannst du ein Monikloppen? 80 Ja, das ist vielleicht sonst Danke 84 80 Weit Der wird zu sterben Also, ist weit Dead Trägt Ist weg Ach, schießen vielleicht 80 Der ist der Beste an mir 60 Der ist der Beste an mir Der ist der Beste an mir Ich geh rein Okay Cracked Wollen wir spielen? Nice Cracked Pits Cracked Oh, Digga Jetzt hab ich nie keine Krone Du Cracked 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 Da geht alles rein, einfach durch die Wände Sonst nicht, Crack, sonst nicht Oh shit, ich brauche Hilfe 3 zu 3 13 9 7 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 10